Hi, ich bin der Alex. Ich studiere in Neuron an der Hochschule Informationsmanagement und Unternehmenskommunikation und mache gerade mein Praktikum bei der Krebsbauer Geländefahrzeug AG in der Abteilung Informationstechnologie und da im Bereich Projekt- und Changemanagement. Ich unterstütze die RIMA, meine Betreuerin, bei verschiedenen Projekten und habe eigentlich als Hauptaufgabe ein großes Projekt bekommen, wo wir ein neues Intranet aufsetzen und genau, habe da eigentlich zur Teamarbeit mit der RIMA das Ganze durchgeführt. Ich kann meine Inhalte aus dem Studium ziemlich gut einbringen, weil die Inhalte Kreativität sowie Informationsmanagement eigentlich ziemlich gut vereinbart und ich konnte das Ganze mit der RIMA zusammen in ziemlich selbstständig und auch durch meine eigene Initiative umsetzen.